Meine lieben Leute, ich bin Lea und ich zeig gestellte meine Wohnung. Das ist meine Resident Evil Figuren. Wow. Da ist PSP. Und der ist... Der erste, ich boxe die es an. Das ist für live, das ist für offline, das ist meine JT-Konsole. 1, 2 und 30 Zoll Fernseher. Mein Computer, unten hat es eine Neonleiste. Ähm. Jo. Dann halt mein Hochbett noch. Mein Handy. Ähm, und... Dieses Lied, was ihr hört, Achtung. Das ist der Schickenbeat von Alberto. Und apropos Alberto, ich wollte nur mal sagen, falls ihr Alberto irgendwann mal hören würdet und wenn er mal auf unsere Kommentare und so reagiert, dann bestellt ihn einen schönen Groß von mir. Und richtet ihn aus, dass ich mal in seine Fußschaften treten will. Ähm, also... Ja, ciao, mein Handy. Wie? Vielen Dank.